Hier habe ich diesmal von Fredi, Fredi heißt die Firma glaube ich, eine Wifi-Cam zur Hundeüberwachung. Das ist in einem coolen Design, gleich gestaltet wie so ein Hund. Muss man dann über eine separate App, muss man die ansteuern und dann kann man von der Arbeit aus, kann man zum Beispiel gucken, was sein Hund gerade macht. So, jetzt wird sie erstmal synchronisiert. Dann fährst du einmal alle Bereiche durch, so könnt ihr dann etwa sehen, inwieweit man die Cam, die Cam kann man halt sehr weit drehen. Muss man dann über die Handy-App einfach nur mit dem Finger rüber scrollen und dann kannst du die Kamera verstellen und du kannst auch mit deinem Hund reden. Ist sehr gut gemacht, kannst du hier, hast du hier noch einen Halter dabei, kannst du dann direkt oben unter der Decke anbringen und dann in den Raum reingucken oder ähnliches. Ja, ich wollte euch die Cam nur mal zeigen. Ich habe mir die vor, lass mich lügen, die ist schon länger her, dass ich mir die gekauft habe, schon einige Monate her. Und die funktioniert wirklich einwandfrei. Über WLAN, einfach nur die App verbinden, zack, die Cam verbinden, passt, wie eine Eins. Total easy. Ja, das war es eigentlich schon. Ich werde, die hat glaube ich auch nicht viel gekostet, auf jeden Fall unter 30 Euro. Für den Preis kann man nichts sagen, dass man sogar mit seinen Hunden nebenbei reden kann, obwohl die sich ein bisschen verarscht fühlen, wenn sie plötzlich deine Stimme hören, aber ja, keine Ahnung, was sie denken, aber ist ja auch nicht so wichtig. Jetzt habt ihr das Ding mal gesehen. Wie gesagt, ich werde euch das Teil verlinken. Ist auf jeden Fall ziemlich nice, hast auch gleich dein eigenes Ladekabel dabei und dein Adapter zum Anschluss an die Steckdose, ist klar. Ja, das war es eigentlich schon. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bis denn dann, ciao.